Du bist verrückt, wenn du denkst, du kannst mich dazu überreden, auf so einen Berg zu steigen. Ach was, wieso? Du weißt doch, die Geschichten, die man sich über diesen Berg erzählt, sind... sind die dir nicht genug? Du glaubst doch nicht wirklich daran. Ach komm, pack bitte dein Zeug, wir sind in zwei bis drei Tagen mit dem Baum wieder zurück. Aber wenn mich irgendwas tötet dort oben, dann komm ich als Geist zurück und werde dich umbringen. Ja, und den Weihnachtsmann, den gibt's wirklich, weißt du? Na gut, lass uns unsere Sachen packen und dann losgehen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020